Es ist Sommer und der wohl berühmteste Baumeister unseres Landes geht auf Reisen. Diesmal hat er sich ein italienisches Highlight als Ziel erwählt. Mit in seinem Gepäck hat Mörtl allerdings eine anstrengende Rasselbande. Das funktioniert nicht. Wenn du neun hast, dann fünf Minuten, aber nicht eine halbe Stunde. Das ist nicht funktionierbar. Ich habe so Migräne. Geh bitte Tempo, Tempo. Zum allseits bekannten Lugner Kaffeekränzchen gesellt sich diesmal auch die neue Herzensdame aus Amerika, Simona. Ich habe gesungen, gesungen, komm in die Gondel, mein Liebchen, steige doch ein. Und sie hat sich nicht bewegt. Vorgeglüht für Italien wird am österreichischen Wörthersee. Schau, das schöne weiße Kischkönig. Sie hat wieder am Boot gesessen, hat wieder den schönsten Platz gehabt, den ich gerne gehabt hätte. Und die Sonne ist wieder im Wind gesessen, sie hat es wieder schöner gehabt. Sie hat es immer schöner. Aber auch da läuft nicht alles wie es soll. Einmal setzt sich die Dani aufs Boot und schon hängt ihr der Arsch aus. Kann man trotzdem fahren ohne Schlüssel? Nein, dafür gibt es einen Autoschlüssel. Aber damit nicht genug, überrascht auch Lugners Ex-Katy die Truppe und begleitet sie auf ihrem Italien-Trip. Grüß Gott, hallo ihr Lieben. Überraschung, Herr. Überraschung. Danke für die Einladung, Richard. Ach so, ich bin doch nicht eingeladen. Nein, du hast mir ein E-Mail geschrieben. Äh, wirklich? Seriously? Na ja, eine Überraschung, wie die Chinesen sagen würden. Ist das jetzt auch von den Lippen her? Das könnte Katie sein. Dann ist den Mädels schon die Farbe aus dem Gesicht gefallen, ja? Na, das kann ja heiter werden. Es ist Richard Lugners 85. Sommer und es soll ein ganz besonderer werden. Der Baulöwe ist verknallt, auch wenn er das selbst nie zugeben würde. Aber die in Amerika lebende Simona hat Ritchie angetan. So sehr, dass er sie für die Ferien aus den USA einfliegen lässt. Business, versteht sich. Es ist um 10.44 Uhr, da haben wir noch mehr Zeit. Kaufen wir Blumen, ist doch eine Überraschung. Wenn schon der Flug für die Blondine über 5000 Euro gekostet hat, muss man eben bei den Blumen kompensieren, denkt sich Lugner, der einmal zu den 100 reichsten Österreichern gezählt hat und läuft brandt an der Supermarktflora vorbei. Ich sehe dabei noch keine Blumen. Ist gut. Angeblich gibt es bei euch Blumen, aber die finde ich nicht. Danke. Ich habe die Parten zu meinem Hemd, nicht? Ja, und zu Simonas Haaren. Na, die wird Augen machen. Ist wirklich ein besonders hübscher Strauß. Okay. 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 Die anderen Leute hier warten ja nur auf ihre Angehörigen. Lugner aber wartet auf seine neue Flamme. Deshalb nimmt er gleich mal die Ehrenstellung in der Wartehalle für sich in Anspruch. Den Hintergrund dafür erklärt Ritschi freilich mit einem dicht gedrängten Zeitplan in den nächsten Tagen. Wir sind vor 15 Minuten gelandet. Das ist schon noch nicht da, glaube ich nicht. Heute müssen wir für den morgigen Opernball ein Kleid kaufen. Wir müssen Schuhe kaufen. Opernball am Wörthersee oder doch Festspiele in Salzburg? Was der Baumeister wirklich meint, das wissen andere Damen aus dem Lugner Dunstkreis genau, die im Laufe des vergangenen Jahres immer wieder die besondere Nähe zu Ritschi gesucht haben. Beim Auftritt von der schönen aus Amerika aber zu Nachtschattengewächsen mutieren. Der Richard ist ganz begeistert und verliebt in die Simona. Ja, das... Drum, weißt du, er kriegt sie alles und alles kleid und so. Ich kenne mich nicht aus. Werden wir schon sehen. Er soll die Zeit genießen, solange er es sich noch genießen kann. Na, schmeckt man in Sonjas Worten das Aroma der beleidigten Leberwurst? Ich habe vor ein paar Wochen zum Richard schon gesagt, wie die ganzen Sommertheater begonnen haben. Und mich würde es auch interessieren, dass ich mit ihm Salzburger Festspiele, Mörbisch oder irgendetwas besuche. Und er hat halt dann mich zu den Mörbischen Festspielern mitgenommen und hat sich halt für die Simona entschieden. Für Salzburg. Ja, Ritschis Gefühle sind halt das reinste Sommertheater, das dieses Mal die junge Simona genießen darf. Wenn man der nur etwas Schlechtes anhängen könnte. Sie ist sehr sympathisch, sehr offenherzig und freundlich. Also ich kann gegen sie überhaupt nichts sagen. Außer, dass halt sie jetzt vor fünf Monaten beim Opernball war und eingegleitet wurde. Und dann fliegt sie wieder heim und wir begleiten ihn die ganze Zeit. Und jetzt kommt sie wieder als quasi Hollywoodstar. Zwei Kleider hat sie schon bekommen. Wahrscheinlich den Flug auch daher. Er, also er zahlt alles. Gerne zahlt er das. Er macht das gerne bei der Simona. Bei uns hält er sie ein bisschen zurück. Simona ist endlich in Richards Armen gelandet. Und der Baumeister glaubt zeitgleich, er schwebe. Alleine für dieses Gefühl ist dem Mann nichts zu teuer. Und er benimmt sich ganz Gentleman-like. Mit Blumen, Koffer tragen und Türe aufhalten. Da gehören die paar Tausender für das Flugticket einfach dazu. Den Nachtflug haben wir gesagt, den machen wir Business Class. Weil da gibt es einen Sitz, den man ganz waagerecht stellen kann. Und da kann man schlafen. Was man dafür bezahlt, für so einen Flug, da kann man sonst was sich ein Auto für kaufen. Deswegen hätte ich immer gesagt, hm, aber ich habe es dann nicht. Ein Auto gekauft. Und der Oldtimer kauft seinen neuesten Ride. Zum drüberstreuen auch noch ein neues Kleid. Dafür heißt es nochmal alles Geld zusammenbehalten. Grüß Gott, Herr Lugner. Was gibt's? Ich bin vom Blindenverband, von BSV. Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Sie finden doch sicher, dass helfen wichtig ist? Ja, aber helfen Sie, wenn Sie wollen, aber wir lassen Sie in Ruhe. Wissen Sie, dass Sie waren? Sind Sie nicht lästig? Lassen Sie mich in Ruhe. Das ist der Nachteil am Berühmtes. Also, zurück zum Kleid. Schließlich will der Herr Ingenieur seine neue Begleiterin noch heute Abend bei den Salzburger Festspielen präsentieren. Grüß Sie, hallo, da sind wir wieder. Grüß Gott, grüß Gott. Gagel, grüß Sie, hallo. Die Käthe hat vor ein paar Jahren, dass sie ein schwarz ist, das hat so Schlitze da gehabt. Das war ein tolles Kleid und das hat den Zeitungen auch gut gefallen. Gut angekommen, sozusagen. Ja, aber das war so ein bisschen sexy. Das war nicht offen, aber es war nur so ein schmaler Schlitz. Und soll es wieder ein bisschen sexy sein? Ja, schon. Ja. Noch bevor die Anprobe überhaupt begonnen hat, informiert Lugner schon die Printmedien über das neue Kleid und verspricht Fotos. Damit setzt sich der 85-Jährige natürlich enorm unter Druck. Du dich jetzt so ein bisschen schön hinstellen. Und da ist es sehr sexy. Ja? Ja. Das sieht gut aus, oder? Hallo, du kannst später eine Idee, das kannst du später machen. Sonst heisst du dir, ich habe so lange gebraucht beim Kleiderkaufen, er passt nicht auf. Ja, weil wir tun schon die Zeitungen warten drauf, die das Bild haben. Und wir brodeln so. So, kann man jetzt ein Bild machen? Ich mache schon eins. Du kriegst das von mir. Nein, ich mache eins. Nein? Komm bitte. Ich will jetzt hier selber ein Bild. Du kannst ja ein Selbstbildnis, das wird ja nichts. Stell dir irgendwo hin, wo man... Ja, aber so. Wir müssen vom Licht her schauen. Und plötzlich zeigen sich unterschiedliche Auffassungen bei den Halb-Medien-Profis über das perfekte Pressefoto von Simona Weiß im Festspielkleid. Sexy oder nicht? Von oben oder doch eher von unten? Na ja, kennt man ja. Ich habe gesagt, sexy ist es schon. Nein, man muss nicht immer nur so machen. Nee, mein Gesicht nicht, die Beine nicht, oh Gott. Ich zeige dir den Briefen und dann machen wir das. Wir machen eins so und eins so. Aber machen wir endlich eins. Wir bringen, wahrscheinlich ist ja alles zu spät. Er holt sich vom Flughafen ab, er geht Kleid kaufen, Schuh kaufen, essen, Salzburger Festspiele. Ja, ist das der Opernball-Stargast? Ist das der Salzburger-Festspiel-Stargast? Ach komm, nur keinen Neid aufkommen lassen. Das Ganze hätte man sich nämlich sparen sollen. Denn was bei der ganzen Aktion rauskommt, ist weniger freulich. So, Zeit, die ganze Partie zusammenzuführen. Endlich soll Simona den Rest der Schlangengrube, äh, pardon, des Damen-Kränzchens kennenlernen. Treffpunkt dafür ist die Casino-Stadt Felgen am Wörthersee. Doch eine Dame fehlt. Wo ist die Bambi her? Mir geht eigentlich die Bambi ab. Und ich hab das Gefühl, dass da die Sonja dahintersteckt, weil die sich immer stört, dass ich aufs Dekolleté von der Bambi schaue, statt auf die Palazoschuhe. Der neue Schmäh, dass er hinhackt auf mich und glaubt, ja, ich hab so gute Kontakte zu den Medien und so. Und wegen mir musste die Bambi zu Hause bleiben. Und da haben wir ja fast heftig zum Streiten oder Diskutieren angefangen, wo ich gesagt hab, ich soll auf der Stelle tot umfallen, wenn ich irgendetwas inszeniert hätte oder in Auftrag gegeben hätte, dass sie nicht dabei sein darf. Mir ist das eigentlich völlig egal. Ich glaub das schon, dass die Sonja etwas zu tun gehabt hat, dass die Bambi nicht mitfährt. Weil sie gesagt hat, wenn die Bambi mitfährt, fahr ich nicht mit, weil ich kann mir diese Titten nicht mehr anschauen. Aber ich hab nicht die Fingerspiegel ab, dass die Bambi nicht mit darf. Das glaub ich dann nicht. Aber ich wär mir das schriftlich geben lassen. Ich bin so eine kleine Nummer, dass selbst wenn ich sagen würde, sie soll nicht mitfahren, kann kein Mensch auf mich hören. Die Bambi ist ja lieb und gut, aber sie ist auch manchmal ein bisschen falsch, hab ich den Eindruck. Sie hat dann angefangen immer so herauszukehren, dass sie das Liebkind von Richard ist, dass sie eine Sonderstellung hat und ständig höre ich von sie im Ecken. Der Richard schiebt ihr ständig Geld hin und unterstützt sie und hat sie auf die Malediven mitgenommen und dann hat sie gepostet auf Facebook. Richard hat mich gefragt, ob ich mit ihm fortgehe, weil ich aber arbeiten muss, hat der Käfer wieder als Notnagel herhalten müssen. Ich bin froh, wenn sie nicht dabei ist. Aber wo ist Bambi denn nun? Seit einiger Zeit ist Nina Angestellte der Lugner City und versieht dort in der Information unter strenger Beobachtung ihren wenig aufregenden Dienst. Straff versetzt? Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen wollte er mit mir wohin alleine, aber da konnte ich nicht. Dann habe ich abgesagt und da ist natürlich gleich die Sonja mit und ja, seitdem hat er eigentlich keine Zeit mehr gehabt. Ui, schlechte Karten für Bambi. Denn zum sonst schon herrschenden Zickenkrieg zwischen ihr und Sonja kommt jetzt auch noch eine weitere Konkurrentin dazu. Simona. Ich habe mir nämlich gedacht, sie wird sicher, weil sie ja von Miami, sie wohnt hier in Miami, dass sie jetzt mit Business Plus eingeflogen wird und zurückgeflogen wird. Und shoppen waren sie auch, ne? Also was ich so gehört habe, natürlich braucht es ein Kleid, schätze ich einmal. Und was für eines, dreieinhalbtausend Euro. Was? Dreieinhalbtausend ein Kleid? Oh mein Gott, so viel hat nicht mal mein Auto gekostet. Armes Bambi. Zurück in Felden. Warum Sonja findet, dass ihr Bambi nicht in die Hühner-Hierarchie passt, muss Simona erstmal erklärt werden. Sie hat gegen was, gegen Damen-Dekollet, das mag sie nicht. Sie war wie eine Lady gekleidet. Na, weil unsere liebe Bambi hat zwei schöne Melonen, auf die der Richard total steht und immer mit dem Finger hingezeigt. Ich schaue immer auf die Balazzo-Schuhe. Oh, so schöne Melonen. Und das ist halt in Richard sein Lieblingsthema. Und da haben wir gemeint, sie sind immer sehr wenig begleitet, gerade dass so ein kleines Duppern drauf ist. Das gefällt dir nicht, oder? Und ich finde das nicht so ladylike. Und darum fragt man, dass das dein Kleid gestern sehr ladylike war. Heimatfest, die Bambi ist keine Lady. Könnte man sagen. Das ist immer du gesagt, ja Wahnsinn. Oh mein Gott, was ist hier los? Jetzt bin ich ein bisschen erkältet vom Chat-Lag von allem, bin ich erst angekommen und hab Kopfweh und ich dachte mir so, das wird der Tag. Wuh, so. Eigentlich ist Mörtels Planjahr mit seinen Mädels ein Wochenende zwischen reich und schön zu verbringen. Deshalb lädt er seinen Zoo zum Pokerspielen und holt sich ein wenig Spielgeld im Wert von 100.000 Euro, oder so. Man muss ja, wenn, muss man was riskieren. Zum Verzocken und einfach mal sagen, so eine Stunde vielleicht oder vielleicht in 10 Minuten 100.000 weg. Also, nee, verstehe ich gar nicht und sage ich immer oft. Also, warum, musst du doch jetzt nicht, behalte doch lieber dein Geld. Und, mal ehrlich, eine echte Spielerfigur macht Mörtel nicht. Glück im Spiel hab ich auch nicht, Glück in der Liebe auch nicht, ich weiß nicht, vielleicht im Geschäft. Sonja hingegen müsste sehr viel Glück beim Spielen haben, denn ihre Liebesanträge schlug Mörtel bisher immer aus. Tja, Pech. Ja, ich habe Ihnen schon ein paar Mal gesagt, dass ich mir schon was Näheres auch vorstellen kann. Und ganz einfach, wie wir es vielleicht noch einmal probieren sollten und da winkt er sofort ab. Mörtels Simona hat Sonjas sehnlichen Wunsch längst durchschaut. Was ich jetzt bis jetzt im Laufe des Tages rausgehört hab, glaub ich mag sie ihn schon wirklich sehr. Also ich glaub, Sonja, also die würde schon auch mehr, also mit ihm zusammengehen wollen. Also das, was ich jetzt persönlich so, aber es ist mein erster Eindruck. Ich bin normalerweise nicht schlecht mit so ein bisschen Menschenlesen, aber ich glaub, die mag ihn schon sehr und ist schon ein bisschen eifersüchtig. Es ist schon auf jeden immer, sie will so die erste Geige spielen sozusagen. Für Liebesthemen hat Mörtel gerade keinen Kopf, denn der ist voll mit den für ihn absolut unverständlichen Regeln des Pokerspielens. Ich kenn mich ja nicht aus. Und die werden da gemischt, die Karten, oder? Die werden automatisch gespürt. Wer spricht? Ja. Was soll ich tun? Nein, sie kommt dran. Richard, du bist noch nicht dran. Ich kenn mich ja nicht aus. Immer nach der Reihe. Immer so im Mani hat gewonnen. Mit einem Drilling. 3,10. Ich bin nicht schockt. Wer viel haben wir jetzt? 30.000 vom Richard. Ich werde nie ein Spieler werden, weil das... Da braucht man viel Zeit und da muss man süchtig sein und das bin ich nicht. Nachdem Mörtel viele tausend Euro an Dani verloren hat, zieht die Reisegruppe weiter auf ein Anwesen eines besonders reichen Mannes. Wahrscheinlich viel reicher als Mörtel. Die Sonne ist wieder die Einweiserin. Du weißt wieder ein. Na ja. Du bist ja so geschäftig. Wenn wir schon einen Platz haben. Kennst du alles, überall weißt du alles. Ja, kannst ja auch woanders hinstellen. Du bist ja ein. Du bist allwissend, Sonja. Hallo. Hi. Haben wir euch einen Platz freigehalten? Der edle Parkplatz befindet sich auf dem Anwesen des Inhabers der Luxusuhrenmarke Jacques-Le-Mond, wo Mörtel und seine Uhren, äh, Damen, geladen sind. Bei so viel Land um so viel Geld. Und so viel Uhren fehlen Mörtel doch glatt die Worte im Gespräch mit der Gattin des Hausherren Alfred Riedl. Aber das ist ja eher ein, wie soll man das sagen, ein Typ für Kenner oder was? Ein Typ für Kenner, ja, es spricht sich ja immer schnell herum. Schöne Plätze sind immer schnell verbreitet. Es ist toll, dass bei der Autos da sind. Mir gefällt es sehr gut hier auf dem Wein gut und es ist wirklich ein schönes Anwesen, also die Aussicht, die man hier hat, natürlich auch das, was entstehen soll oben auf der Ruine, wahnsinnig. Ich denke, das gibt es nicht oft in Österreich, denke ich mal, so ein Restaurant mit so einer View, mit so einer Aussicht. Die nach Amerika ausgewanderte deutsche Simona hat offenbar keine Ahnung, dass Österreich voll von solchen Views ist. Und dass Mörtel mit einem der wohlhabendsten Geschäftsmänner Österreichs auf Du und Du ist, überstanden auch nicht mehr. Den Herrn Lugner habe ich kennengelernt. Wir haben voriges Jahr in der Lugner City einen Jacques-Lémois-Store eröffnet. Und der ist sehr kooperativ gewesen und so ist schon eine Freundschaft entstanden. Gerade noch glücklich über den rosafarbenen Sprudel will Mörtel nun schon weiter sein Zimmer besichtigen. Die Uhrengesellschaft darf nämlich über Nacht bleiben. Wow, das sieht man über ganz gern. Wow, schaust du ins Land hinein? Wer sagt, dass du da schläfst? Ich schlafe immer auf der Seite. Warte, ja, immer links, stimmt. So, und ich schlafe immer links. Sie will da, dass du Aussicht hast, ins Tal hinein. Frau muss immer recht sein. Nicht einmal den Wunsch kannst du dir erfüllen oder aussuchen, auf welcher Seite du liegen willst. Sonja kaschiert ihre Ambitionen in Richtung Baumeister, wo sie nur kann. Aber Simona sagt zu einer Zukunft mit Mörtel auch nicht nein. Was der Richard natürlich sich wünschen würde und was wir darüber gesprochen haben, auch gerade, wo wir im Mai uns getroffen haben, ist schon was anderes. Wir sind da weiter noch in der Kennenlernphase oder reden drüber. Ich bin aber nicht eine Person, die was überstürzt. Er ist viel älter. Gut, die Katie war noch jünger als ich sogar. Er hat damals immer gesagt, von den Horoskopen hätte ich ja sehr gut zu ihm gepasst. Das hatte man immer wieder, dass ich die Perfekte eigentlich sozusagen gewesen wäre. Aber zu jung und danach hat eine Jüngere geheiratet. Aber da bin ich jetzt nicht so diejenige. Ich muss einfach wirklich, es muss nach Gefühlen auch gehen, es muss passen. Und bis jetzt sind wir ein gutes Team und wir schauen einfach mal. Die Sonja will da eben beim Richard die Nummer eins spielen. Und ich habe schon hundertmal gesagt, das geht nicht. Der Richard will dich nicht. Da kannst du tun, wo du bist. Nein, da höhlt der Tropfen, fällt der Steiner. Wie sagt man zu dem, na? Ist ja was, ist ja egal. Schau, da hast du eine eigene Dusche. Oh ja, das und eine eigene Toilette bitte auch. Eigene Dusche? Juhu! Ich kann jetzt nicht sagen, warum. Aber drüber, drüber, drüber. Männer generell, wie ihr wisst, die pinkeln ja oft gerne im Stehen auch. Und wenn es dann Nacht ist, und dann denke ich mir auch noch Männer in einem höheren Alter, ja, sehen nachts dann auch nicht mehr so gut. Und das heißt, da könnt ihr euch dann vorstellen, wie das dann manchmal aussieht. Und wenn ich dann da hinkomme und denke mir, oh, beim ersten Mal, wo ich mich überleimte, hoppala, da darf man sich nicht hinsetzen oder davor hinstellen. Auch diesen Umstand würde Sonja wahrscheinlich in Kauf nehmen für ein Doppelbett mit Mörtel. Aber sie teilt sich ein etwas schlichteres Zimmer mit Dani. Ich habe schon viele Nächte mit ihm in einem Zimmer verbracht. Also sagen wir mal, wenn ich mit der Dani in einem Zimmer schlafe, ist es selber, ja. Ähm, heißt das, Dani trifft auch nicht beim Pipi machen? Äh, naja, Themenwechsel. Beim gepflegten Abendessen scheint die gespielte gute Laune zu kippen und Sonja nun Simona ins Kreuzfeuer zu nehmen. Vielleicht hat sie auch irgendwie ein Interesse an seiner Publicity ein bisschen mitzunaschen oder auch etwas zu kriegen. Weil immerhin, er schickt sie Nägel machen, er schickt sie zum Hüllebrand, zum Friseur, er kauft ein Kleid, er kauft die Schuhe bei mir. Also, in den letzten zehn Jahre habe ich nicht so viel gekriegt oder in den letzten Jahren, wo wir... Ja, 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 passt schon. Und gleich, Mörtel trifft einen alten Erzfeind, den Medienmogul Christian Mucher, der ihm prompt sein Schloss anrehen will. So, ich habe schon direkt zu Ekaterina gesagt, da kommt der potenzielle Käufer. Das Schloss brauchen wir nicht mehr sauber machen. Ab morgen macht es der Herr Lunger. Kommt's herein! Und bevor es nach Venedig geht, lädt der Baumeister in seiner Villa zur Poolparty im Dirndl. Wenn du Single bist und willst du ihn kennenlernen, so wie ich, dann ist die Masche links. Das soll ja genau erklär mal links. Wenn du verheiratet bist, musst du die Masche rechts. Was ist in der Mitte? Danke, ich schmied. Was ist in der Mitte? Nein, in der Mitte ist zum Schnachseln.